Marshala und damit ein herzliches Willkommens zurück auf meinem Kanal mit einem kurzen Video wie ihr in sekundenschnelle Millionär sein könnt. Es war eher sozusagen eine Warnung, dass ihr nicht jeden Scheiß im Internet glauben sollt, ganz ehrlich. Wenn ihr Paypal ja geht halt auf Paypal oder bei der Sparkasse und allem bei euren Banken, einfach so ein bisschen dahin, wo das Geld steht, ihr mal Doppelklick auf die Nullen, so findet ihr es besser, rechts legt und dann auf Element und Suchen. Und dann werdet ihr eben direkt hingeschmissen, wo die Nullen finden müsst ihr suchen, sonst müsst ihr sie hier dabei suchen. Ihr seht das ja, dass das alles geklärt wird und genau hier auf Doppelklick und so, dann könnt ihr einfach sonst was rein schaffen. Also zum Beispiel, ich hab jetzt einfach mal so 88.280.500 Euro. Boom. Schließt sich das? Fertig. Der Millionär. Ja, das ist der Witz. Fake. Wenn es angeblich bei eurem Freund stimmen sollte, sollen sie mal faktueller Seen drücken. Dann ist es weg. Also lasst euch nicht verarschen und damit. Ciao.